Dann... Hier hoch! Ah, Alter! Jason, hier ist keine Absperrung, pass auf! Komm jetzt hoch! Alter! Hoch, jetzt! Dankeschön! Und jetzt... Aufpassen, hier hoch! Alle Klärchen im Bärchen, das hätten wir auch geschafft! Gut, äh, wo ist das Ding? Hier! Das ist der Aussichtspunkt! Ah, sehr gut, können wir schon jetzt markieren! Können wir schon jetzt ein bisschen planen! Zwei Alarme sind, das ist gar nicht gut! Hier ist einer, hier ist einer! Ähm... Okay, dann könnten wir den vielleicht sogar mit Sniper wegholen! Dann könnten wir vielleicht irgendwie den Alarm schon mal deaktivieren! Aber ich glaub nicht, dass es einfach nur vier sind! Ne, glaub ich nicht! Na, mal schauen! Was gibt's denn hier so interessantes? Äh... Ein Dorf, oder? Ne, das ist nicht der Aussicht, das Ding! Aha! Da können wir sicher irgendwas sprengen oder so! Mit C4! Und hier ist das Dorf! Was wir hin müssen! Alles klar! Hier ist das Dorf! Wo wir hin müssen! Hier ist aber keine Seilerutsche! Hier! Doch! Hier! Ein Fähigkeitspunkt wieder! Yay! Also die Hälfte von Funktung hätten wir schon mal geschafft! Neun von 18! Das ist doch schon mal was! Okay! So! Und switchen mit der Ausrüstung! Gut! Bis jetzt! Voll Leistung! Also! Okay! Ähm! Sind echt nur vier! Okay! Aber die stehen alle sehr gut! Also das wäre kein Problem! Wenn es nur vier sind und die stehen so immer, das ist gar nicht schlecht! Gefällt mir! Okay! 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 Mal schauen! Aber ich... Ich glaub... Ich glaub's nicht! Aber ich hoff mal! Dass es wirklich nur vier sind! Den können ich gleich mal in der Sniper weghauen! Wenn ich treffe! Gott sei Dank habe ich nicht geschossen! Mann, Mann, Mann! Geseh ich noch einen irgendwo? Irgendwo! Bin mir nie sicher! Aha! Der! Okay! Es sind fünf! Okay! Mit denen werde ich auch noch leichtfertig! Hoffe ich mal! Der geht wahrscheinlich hoch! Also das war jetzt ein... Nein! Sech! Sieben! Okay! Wuss ich doch, dass das nicht nur vier sein können! Okay! Merkt es irgendjemand, wenn ich den jetzt weghole? Ich glaub' nicht! Ich hoff's mal nicht! Nee, der fliegt nicht runter! Da ist gar nichts! Und die sind sowieso zu besoffen, dass sie das checken! Ich könnte den jetzt nicht wegwerfen! Du 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 du! Oh oh! Oh oh! Oh der, der kommt hoch! Naja egal! Der ist es! Komm schau, ich seh nichts. Soll ich den Anzehnten? Ich könnte den Anzehnten auch. Ja, ja. Puh, 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 puh. Ähm. Wollen Sie mich eigentlich verarschen? Ja, will ich. Kannst du mal ein bisschen weiter zurückgehen? Dass ich dich treffen kann? Kollege? Wo ist der andere? Ist der wieder runter? Na, der ist hier. Genickschuss, Alter, bin ich gut. Okay. Weiß nicht, geht das? Kann ich hier durchschießen? Das ist halt die Frage. Ja, ja. Genau das wollte ich. Genau das wollte ich. Das hatte ich... Keine Sorge, das hatte ich so geplant. Ist der tot? Der ist ja tot. Okay. Wenn sie jetzt Wildschweine sind, dann bin ich im Arsch. Der ist ein Tapire, ach, ich brauch sogar Tapire. Sehr gut, okay. Am, 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 am. Wie ist der Alarm? So, könnt ihr euch mal beruhigen, ihr kleinen Affen? Oder ist passiert was? Nein, ihr habt. Na, was? Bewegt dich, bewegt dich, bewegt dich, Chessen. Okay. Eigentlich kann ich die Alten mit den Tektern, so äh... Tek-Ketten-Tektern erlegen. Ja, jetzt nicht mehr. Ja doch, eigentlich schon. Okay, egal, die sind alle hier, dann versuche ich dann den Alarm zu nehmen. Fuck. Muss jetzt hier so eine Patrouille sein, oder was? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Gerade jetzt. Gerade jetzt. Ähm, muss ich warten. Ah, es wird Tag. Okay, die gehen wieder zurück. Die gehen wieder zurück. Ja, dann kommt, geht. Haut ab. Okay. Der ist auch noch mit Feuer. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das ist ja nicht verkackt, der Schuss. Okay. Okay, 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 okay. Hier ist der Alarm. Ich schaue alle da hin. Der zweite Alarm ist genau da, wo die stehen. Super. Okay, das heißt, ich muss hier jemanden locken. Okay. Nämlich. Der Besoffenen. Ja, irgendjemand ist mir egal, wer kommt. Genau. Jetzt kommt ein Auto. Ist das jetzt ein Witz? Und weg. Der hat mich fast gesehen. Hehe. Nicht mit mir, Freunde. Nacht. Weg. Alarm weg. Hu! Okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich würde ganz gerne von oben noch erlegen. Mal schauen, was er tut. Den letzten Gegner würde ich ganz gerne mal so geil erlegen. Richtig geil. Weißt du? Und dann verkackst du und dann sehen sie mich. Wahrscheinlich. Okay. Geht der jetzt runter? Der geht runter. An welche Seiten? Ja, du schaffst es nicht. Kannst knicken. Puh. Geht der jetzt runter? Okay. Aber jetzt bin ich ruhig. Das ist schon mal sehr gut. So, kann ich ihn jetzt? What the fuck? Ich hab da was gehört. Hab ich gehört? LOL. LOL. Jippie! Bam! Oh. Ja, Mann. Ha. Ja, jetzt kommst du wieder. Das ist so lame. Die kommen immer dann, wenn ich alles geschafft habe. Wenn ich alleine alles geschafft habe. Sag mal, wie hast du mich eigentlich vorher gehört? Das kann ja auch nicht sein. Ich bin aufgestanden. Mehr nicht. Also die haben scheinbar ein gutes Gehör. Oh. Okay. Ach. Ja, doch. Es hat geklappt. Sie wusste, dass ich hier bin, aber sie haben mich niemals gesehen. Das ist schön. Nein. Und nicht die Bildknarre, ey. Ich webe meine Schalldämpfer. Komm. Weg. Sehr. 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 Jetzt nochmal schnell hier die Vorräterdinger. Dann umswitchen. Alles klar. Da passt jetzt eh, oder? Alter, dieses scheiß Feuer, ey. Früher war's so schön. Scheiß nicht so leicht entzwingt war. Ja, stimmt. Aber wirklich. Äh. Da, 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 da. Hier noch was. Oh ja. Holt sich sogar. Hab ich die Fähigkeit auch schon. Dieses eine Ding hat er sich erholt. Cool. So, dann hier noch. Alles klar. Kann ich jetzt verkaufen. Jetzt haben wir eh nichts Neues. Ne. Okay. Muni brauchen wir ein bisschen Scharfschutzung. Ja, das passt. Konsum. Nein. Konsum. Brauchen wir nichts. Passt. Okay. Ich bin der Größte. Ja, aber da, da oben bist oder was. Naja. Okay. Ich würd sagen. Ab nach Bad Town. Jo. Alles klar. So, jetzt machen wir die Hauptmission und dann beende ich mal die Aufnahme. Nein, dann haben wir in der Aufnahme sehr viel gemacht. Dann sind wir endlich mal in Bad Town angekommen. Gut. So, was gibt's jetzt hier Feines? Siehla. Siehst du jetzt mal im Traum? Ich hab mich gerade zu florieren. Ne, das ist, das ist ja keine Sier, das ist ein Dorf. Aber okay. So, dann gehen wir mal zur Hauptmission. Das ist ja keine Sier. Ja. Und das ist genau das, was wir in der Vision hatten. Nicht wahr? Wisst ihr noch? Ja. Hier sind wir so gegangen und dann zack. Boom, bern. Hier war alles voll irgendwie. Und zack. Ja. Sauf dich halt zu, Kollege. Alter. Ich muss dir mal einen Pass finden. Ja, den finden wir schon. So, was soll ich machen? Spiele in der Runde Poker. Keine Sache. Keine Sache. Kein Problem eigentlich. So. So, wo wir from Weißbrot gehören? Ja, schon. Und wieder das Reisbrot. Nimmer erzählst du die Geschichte, wenn wir spielen. Wovon redet ihr verdammt? Das Weißbrot denn kommt aus Vars Gefängnis. Dreht durch und killt Leute mit seiner Rachet. Von all dem Personen ist doch die Beschiffenste. Wo bleibt das Glamour? Linkas, Müsste heute eingreifen. Wenn das stimmt. Heute würde den sofort kalt machen, das ist mir klar. Wahrscheinlich sogar mit seiner eigenen Machete. Hat er ja schon mit dem Minenbesitzer gemacht. Heute ist ein Künstler. Der Typ kriegt was Besonderes. Habe ich recht? Wie weißt du noch, sieht der aus? All in. Gut gespielt. Das ist der Typ aus meiner Vision. Er fühlt mich sicher zu Keith und Oliver. Okay. Ich muss ihn folgen, aber um entdeckt. Das ist kein Problem für mich. Okay, komm schon. Ja, weiß ich. Schön aufpassen. Schön aufpassen, Jason.